nein man ist auch ein mann der spuckt erst wenn er fertig ist im tor schießen fußballer du kannst es also alter ging ja noch gar nicht ich wollte es erwarten dass du ein continue verlierst hier natürlich so ich versuche jetzt den mist hier zu schaffen auch wenn es überhaupt gar nicht gelingen wird weil ich es nicht kann so eigentlich aber irgendwie aber ich habe ich schon mal was wie das wäre so weißt du einige spielen ww so als endlos lp oder oder wie heißt das andere hier maple story oder sowas weißt aber wir spielen einfach mal mario brothers 3 als endlos lp ja also ganz im ernst das wird kein ende haben wir spielen einfach mal weiter es passiert nichts hier also es ist vorbei never ending story quasi ja ok gucken wir noch mal was in der rechten truhe ist oder ein hammerwerfer krass tatsächlich also es ist scheißegal was ihr hier wählt würde ich jetzt einfach mal behaupten dann ist ja nie dass ich kein leben probier mal wieder mit ihr kannst du nicht ok wird nix wird nix ist jetzt kriegt den schallstern toll sehr sehr aber es passt wenigstens alles zusammen in den enden ein bisschen ja ja so ok jetzt darf ich nicht mal wieder fehlt nicht nicht wieder fehler machen weil das mache ich irgendwie zu gerne zurzeit ja woher der eine große nase fällt mir jetzt gerade irgendwie auf er hat ja das passt auch zu mir warum rutschst du denn da runter du ekelhafter wix was ich habe gerade von victor geredet das war wix plattform wix plattform er sehr ich nenne immer noch wick wie kustenbonbon nicht ich habe ich habe letztens golfen sein zimmer aufzuräumen und da hat er mir einen lappen hier angedrückt das war halt wix lappen mach keine fehler nicht so voreilig sein das wollen wir nicht du kannst das doch ich will das level nicht schaffen du musst das machen das ist ja auch kein ding ja mann verdammt und er sah so gut aus weißt du ich nein das was ich da getan habe wieso nein warum spaßt ich hätte jetzt ganz klar ja gesagt hier weißt du was der meint oder also über mich selbst hier also ja so ich bin ein arroganter wichser also das ist viel erfolg bin auch mal so weit wie du hier ich bin besser jetzt kommt das ekelhafte China in die die so gehen okay und ganz lang und ob ich glaube ich muss ein Ziel ja halt die Hähne nur noch so wie gegleitet gerade m also macht man das alles klar da muss mir das jetzt noch weiter schaffen hier bevor das wieder abläuft hier mit dem in den in den das passt so einfach die sechs probieren können okay nein das passt ich will mich nicht haben ich will doch los hol danke ich will gucken okay toll vielleicht dann toll ähm okay ein level darf ich überspringen das heißt ähm weil wir müssen Hammer finden dann gar nicht Constantin ah also ich probier den hier äh T5 äh T5 so mh ah jetzt kommt's auf der andere Seite Nonetheless verarscht noch ne Wolke noch ne Wolke noch ne Wolke hmm aber das bringt mir auch nicht soviel ich möchtest ein Hammer haben Fünf oder sechs? Ich mach die fünf. Okay. Och, nö, nicht Höhle. Och, da hab ich immer gar keinen Bock drauf. Och, nein. Ich kenn die Höhle. Och, nein. Das ist ein Wicks-Level. Das ist ein ganz fieses. Da musst du da hochfliegen. Und zwar musst du da so lange durchlaufen, bist du... Gib mir den Pilz. Mein Pilz ist weg. Bis du eine Feder hast, dann musst du den richtigen Ding da hochfliegen. Ich glaub, das ist das. Du bist von mir grad gestorben. Egal. Och, Mann. Och. Du kriegst jetzt eine Feder, ja. Verdammt. Du musst da ganz vorne, da, wo der den Pilz dran hat. Jetzt gehst du nämlich da wieder rein, dann pumpst du den am Anfang raus. Aha. Oder? Ach so, ja. Natürlich. Oder so. Na toll. Okay. Mach mal den... Oh, ja. Oh, ja. Ach, komm, macht's euch doch alle selbst. So, schön, wenn du's machst. Und es leckt. So, hier ist er genau. So, hier ist er genau. Du musst das richtige Ding hochfliegen. Ich weiß noch nicht mehr, welches das ist. Und du musst... Bestimmt irgendeine Scheißstelle. Bestimmt. Und du musst einen Stein dabei haben. Du musst einen Stein dabei haben und hochfliegen. Das ist ein Level, das behält man im Kopf. Das ist ein richtig ekelhaftes... Okay, also das Koopa-Vieh hier, wa? Ist auch egal. Aber ein Stein wäre auch okay. Oh, nein. Ach, verdammt. Aber erst mal musst du, glaube ich, erst mal das Loch finden, welches du hoch musst. Na, noch. Ach, da. Ist das das? Links daneben, ja. Und dann musst du einen Stein mitnehmen. Das zweite da. Oh. Okay. Hehe. Ähm, hallo. Meine Fresse jetzt. Du kannst natürlich auch so reinfliegen, aber dann... ...verlierst du zumindest das. Weil ich fast gar nicht, ob es überhaupt schaffbar ist. So, aber kriegst du den überhaupt? Ich weiß nicht. Den anderen hast du auch gekriegt, irgendwie. Ah ja, okay. Dann muss ich gleich. Okay. Ja. Na, super. Also ich weiß nicht mehr warum, aber du brauchst ihn auf jeden Fall. Okay, nein, ich brauche dieses Schildvieh. Ist dir scheißegal, hauptsache du kriegst irgendwas. So einen Stein zumindest, dass der... Du musst nämlich... Ich muss nochmal zurück. Wie du willst. Auf jeden Fall, du musst einen von den beiden töten. Zumindest den hinteren. Und dann kannst du dich da mit dem Schwanz reinsetzen. Also am besten doch das Koopa-Vieh, ja. Meine Fresse. Kein Scheiß. So, ich muss erstmal gucken, wie ich das am besten mache hier. Du verpissst dich erstmal. Mach ich... Verdammt, nein. Ich bin so ein Trottel, ey. Mach mal durch. Ach nee. Egal, du kriegst dann wieder einen Schwanz. Ja. Aber es geht ja auch auf Zeit, das Ding, ne? Mhm. Aber noch hast du genug, du hast noch drei Minuten Zeit, also... Verpisst euch. Oh nein. Schön. Hab schon Schöneres gesehen. So. Weg. Äh. Nein, ich... Warum nur? Wieso bin ich so doof? Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht so genau. Ich krieg mir was anderes. Ach, das geht ihr nicht, komm. Macht's euch doch alle selbst. Du brauchst Kubi. Und du musst dann auch noch drauf landen können, ohne dass er dich tötet. Sonst kriegst du nicht wieder das Ding offen da. Ja. Offen, genau. Warum? Ach, Mann. Nein, es gibt doch gleich rechts einen Schwanz. Ist doch okay. Da. Ey, versau es nicht. Versau es nicht! Ich hab keinen Bock mehr. Ja, super. Och, Mann. Ist das ein Wichs-Level, ey. Ist das eine Ruhe? Scheiße, ich renn einfach durch. Jetzt bin ich im Zeitdruck. Das ist geil. Mann. Komm schon, komm schon schnell. Die Zeit ist reif hier, also. Äh, eng. Ähm, also. Die Zeit ist reif natürlich, mhm. Die Zeit ist, äh, Frau, äh, äh. Oh, ich kann das nicht haben. Ah, ah, ah. So. Verpiss dich. Okay. Ah. Verpiss dich. So. Du, hau ab. Hau ab, genau. Jetzt komm. Nein, du gehst weg, so. Ich habe irgendwie... Nein, ich, ich... Warum? Ach, Mann, ey. Was soll denn der Scheiß? Gucken, wie sieht das hier oben nochmal aus? Ach, ja. Ach, fiegt dich doch einfach. Okay, ich schaffe es nicht mehr. Ich habe nur noch... 37 Sekunden. Nein. Mann, mach sie selbst. Ich habe keine Chance mehr. Das sagst du gern, oder? Ja. Das ist mein Spruch, Mann. Mach sie selbst. Na, da... Ach, super. Verpiss dich einfach. Komm, leck mich. So. Nee. Ach, komm. Okay, das war's. Du ekelhafter, du ekelhafter. Ach, komm. Hier, ausrasten. Tschüss. Okay, das war's. Ja, hier, mach mich klein. Komm. Oh, ich will groß bleiben. Okay. Super. Tschüss. Mach das andere. Das war's wo gewesen. Ich weiß nicht, soll ich das andere machen? Ich finde das aber besser, weil wir dann das Pilzdinger ankommen. Ja, richtig. Dachte ich auch, deswegen habe ich das auch gemacht. Ach, was ein Scheiß, ey. Eigentlich geht's. Man muss erst mal rausfiggern, was man da machen muss. Und dann auch noch schaffen. Aber ich bin klein. Das ist ein bisschen gefährlich gerade. Okay. 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 So, bleib hier. Und weg. Boah, das ist aber auch ein Kack, ey. Da ist man... Ach. So, du nimmst ein und hast ihn weg. Ja, aber der haut dir ab. Und du bist klein. Und der haut dir ab. Stimmt, ich brauche gar nicht probieren. Ich muss erst... Oh, erst mal hier. Jetzt darfst du das noch zweimal machen. Hihi, okay. So, äh, pass mich. Tschüss. Komm, gib mir nen Pilz. Rub. Okay. Wenn er mir abhaut, ist es schlimm. Solange ich ihn nicht töte, kommt er ja wieder. Was zum Teufel! Ja? Wow! Hey, du bist besser als ich. Nein, bin ich nicht. Sicher, dann versuche ich das nochmal. Ich mache euch fertig, ey. Klein-Homo-Falala-Halala. Was ist das hier? Ähm, habe ich das gerade aufgenommen? Du hast es nicht gehört, oder? Homo-Erotik? Oh, scheiße. Jetzt wissen wir Bescheid, du Ekelhafter. So, tschüss. Dich brauche ich nämlich noch gar nicht. Tschüss. Weg. Bin ich schwul? Nein! Nein! So, der Ekel hat sich jetzt geoutet, er ist homosexuell. Und du? Ich? Verdammt! Bist so domistisch veranlagt. Och, komm! Du stehst auf Egel. Ist deine Schuld jetzt, ey. Ja, da ist gar nichts für. Verpisst euch doch einfach hier. Igel sind halt die besseren Lieferber. Mhm. Ja, Jungs, schnappt ihn euch. Er ist noch frei. Alter, als Woll! Pss, es ist... Bin ich schwul? Es ist der kleine Igel, der Homosexuelle. Alter, ist das eine ekelhafte? Igel, 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 er steht auf Männer. Das ist eine dreckige. Wurst? Was? Wurst? Wurst? Wie reden wir nicht von Musikgeschmack? Du stehst auf Wurst, ich weiß es. Ja, aber nur musikalisch. Mhm. Adventswurst. Hehe. Oh nein. Der schießt doch einfach in die Art Richtung. Ah. Okay, hast du den? Ja? Wacht den auch noch weg hier? Nee, ich versuch's doch. Hallo? Du kannst das nicht. Okay, anreißen, ja genau, okay. So, okay, dann mach den Scheiß einfach mal tot hier. Und du laufen kannst. Hallo? So, und jetzt müsste irgendwo der, der, der scheiß... Ach, ich weiß, du musst eh in den nächsten da. Okay, genau, jetzt. So, wo ist mein verdammter Cooper hin? Der müsste noch leben, also, der müsste wiederkommen. Cooper? Okay, danke. Oh. Engelchen, komm mal her, mein Süßer. Okay, jetzt gehst du hoch da. So. Und los. Guck mal, ich hab einen Steifen. So, willst du den da rein? Guck mal, wie ich das kann. Jetzt musst du noch klein sein. Oder mit dem Schwanz das Ding treffen, was du nicht kannst. Okay, doch. Verdammt. Mhm. Schön gemacht. Ich treff alles. Ich muss dir jetzt auch mal ein Kompliment machen. Du bist gar nicht so schlecht. Trägt mich. Schon wieder? Mhm. Ich mach's gern. Okay, ich hol mir das Ding jetzt so, weil ich sterb sowieso in der nächsten Runde und dann kann ich dir... Du bist schwul, du kannst das gar nicht gerne machen wollen. Hör auf, mich schwul zu nennen. Ist aber so. Nein. Ist ja. Nein. Mhm. Bin ich's mit schwul zu nennen. Und was ist dann mit diesem Bild, was du in Skype hast? Mit den beiden Männern da? Ist aber auch nicht gerade hier hoch. Äh, ich muss mir jetzt mal hier die, 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 äh, die auf...